Der Baum. So, die Spawner, da müssen wir weg. Okay, keine Spawner mehr. Ekelige grüne Nacht sich das an. Viel, viel zu viele Würmer. Oh, 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 oh. Da waren die Schilde kurz weg. Okay, was ist das da unten? Ist das Öl? Ne, das sind Gegner. Ich sehe es schon kommen. Wir finden irgendwann Öl und es ist so weit von der Basis weg, dass wir hunderte von Basen töten müssen. Und auch immer wieder töten müssen. Weil nur weil wir jetzt hier einmal aufräumen, heißt das ja nicht, dass da nahe Ruhe ist. Die spawnen hier immer wieder neu. Und je mehr Gebiet zwischen dem Hauptlager und den Außenbasen ist, desto höher ist die Chance, dass dazwischen auch was spawnt. Also, nicht so schön. So, hier, da wuselt ein bisschen was rum. Die stationären Dinger werden alles Würmer sein. Kanada. Ein Spawner kaputt. 13 Türme schießen. Das ist heftig. Spawner kaputt. Sehr gut. Schaut es bei uns in der Basis aus. Nur morgen beschädigt. Schon wieder so ein Haufen kleinen Vieh von unten. Das ist sehr komisch. Ach so. Hier ist eine Mini-Mini-Basis. Wie putzig. So. Wir nehmen. Gleich die nächste. Und wieder einmal. Oh. Einmal Öl. Einmal Öl. Einmal Öl. Könnt ihr nicht zusammen hier irgendwie so einen kleinen Klumpen bilden? Das wäre echt super. Und hier ein Raketen werfen mit Flächenschaden, der ordentlich Schaden macht. Das wäre praktisch. Aber hey. Geht auch so. Wir sind übrigens auf 23 Magazine runter von 100. Aber wir haben ja noch ein paar gleich da rein. Gut. Gut. Okay. Also hier haben wir jetzt schon mehrere Basen weggemacht. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich hier oben weitermachen. Also immer so Scheibenwischer-artig. Ne, nicht Scheibenwischer-artig. So wollte ich eigentlich runtergehen. Wie nennt sich das? Es gibt so einen Beil. Das kenne ich aus Dark Souls und auch aus anderen Spielen. Die schwingen immer so an so einem Seil. Und dann machen sie schusch, schusch, schusch und gehen immer weiter runter. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. So in der Art will ich mich halt durch die Basen durchkämpfen. Ah, Kupfervorkommen. Aber ne, das andere da oben ist viel größer. Gucchi Ninja-Würmer im Wald. Alleine. Aha. Außentruppe oder habe ich was gepullt? Ich glaube ich habe was gepullt. Da unten ist Kohle. Viele Würmer. Oh. Neue Basis. Ist die jetzt gespawnt, während ich hier am Kämpfen war? Das wäre sehr demotivierend. Ja Junge, du hast zwei Basen zerstört. Aber in der Zeit sind anderthalb Basen neu gespawnt. Geht's jetzt. Und wenn du mal aufhörst zu töten, spawnen sofort alle Nacht, die du bisher getötet hast. Yay. Ja. Fast. Und macht die Spawner weg. Spawner weg. Ja, alle weg. Und die Laufgeschwindigkeit beim Rückwärtsschießen wird doch erhöht durch die Beine. Aber man merkt es halt nicht so stark. Also, das ist alles gefühlt. Das sind gefühlte Messergebnisse. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Aber gefühlt ist man auch beim Rückwärtslaufen und Schießen schneller mit den Beinen. So, mitkommen, 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 mitkommen. Wie viele Alien-Atefakte haben wir inzwischen? 108. Das wären 1080 Alien Science Packs. Was brauchen wir hier für 1.000. Also hätten wir jetzt schon genug dafür. Wir brauchen allerdings noch mal 100 für die Dreiermodule. Und wir wollen ja noch andere Sachen erforschen. Also, können wir ruhig noch weiter mitnehmen. Ah, das Ding ist ein Ticken größer. Oh. Basis an Basis an Basis. Irgendwann kann man über diesen Planeten laufen, indem man von Basis zu Basis hüpft auf den Dächern. Das ist krass. Oh, komm, ich will die Spawner wegmachen, sonst bringt das nichts. Oh. Ja, ja, ja. Ah, da ist noch einer. Mist. Oh, oh. Ist das eine Mini-Basis? Ja, Mini-Basis-Put machen. Das ist also sogar eine Ultra-Mini-Basis. Hat nicht mal einen Wurm gehabt. Da oben ist gleich der Nächste. Ich hatte mir das ein bisschen einfacher vorgestellt. Ich hatte mir vorgestellt, dass man jetzt um unsere Basis herum, so a la Asterix und Obelix, Außenposten hat. Und dann in der Wildnis außenrum nur verstreut, ab und an mal Basen. Aber hier scheint ja echt alles dichtgepflastert zu sein. Man muss sich so wie wir jetzt da durchkämpfen, machetenartig. Das wird echt doof mit den Basen, mit den Außenposten. Ich hatte ja die Idee gehabt, dass ich einfach fünf Minuten in eine Richtung laufe. Wenn ich jetzt aber fünf Minuten in eine Richtung laufe und an zig Basen vorbei, was bringt mir das dann? Naja, es bringt mir, dass ich weiß, in welche Richtung ich machetisieren muss. Ist irgendwie nicht so motivierend. Ich laufe trotzdem mal ein bisschen. Wir lassen die Basen jetzt Basen sein. Ich versuche nicht zu viel zu pullen. Ah, ist ein schöner Haufen. Ich versuche nicht zu viel zu pullen, sonst laufen die mir ewig hinterher. Ah, die hier ist schön klein, die kann ich kaputt machen. Also wenn was auf dem Silbertablett serviert wird, dann mache ich es gerne kaputt. Weil sonst wird das Ding in einer halben Stunde zu einer richtigen Basis und das bringt mir da nichts. So, aber die großen Sachen lassen ich in Ruhe. Oh, da ist noch ein Wurm. So, hier hinten rum. Schönes Kohlefeld. Also falls wir mal Kohle brauchen für Plastik zum Beispiel. Aber da haben wir bessere Felder, oder? Ja, da reicht doch so ein kleines Feld. Also ne, uninteressant, leider. Sie könnten ruhig noch ein paar kohlebasierte Produkte einfügen. Weil Kohle ist eigentlich irre wichtig. Besser Kohlenstoff. Für diverse Plastik-Sachen. Sie müssen ja nicht nur Plastik haben. Sie können ja auch, keine Ahnung, Gummi oder Abdichtmittel oder irgendwas anderes Plastikartiges mit einfügen. Kleine Basis. Quatsch. Da ist ein ganz schöner Cluster an Basen da oben. Okay, da werde ich jetzt nicht reinlaufen. Bei meinem Glück sind genau da dann zig Ölquell zu viel Wald. Da will ich auch nicht rein. Ich werde jetzt pingelig. Ich laufe nur noch dahin, wo es für mich gemütlich ist. Oder leicht. Oh, wie das hier. Ein Spawner, ein bisschen klein fiel. Oder hier. Ein Spawner. Na. Das war ein bisschen mehr. Als gedacht. Da sind keine Würmer drin. Das ist schon mal gut. Oh, du Kacke. Guckt euch. Oh, also erst töten, dann Sightseeing. Aber das sind richtig viele Spawner. Oh, oh. Und ich sehe da noch was Schönes auf der Minimap. Rechtsmittig. Aber das war klar. Das war so klar. Wir finden die größte Basis, die wir je gesehen haben. Und da drüber sind. Wie viel sind das? Eins, zwei, drei. Was? Das kann ich nur schwer deuten. Der Punkt da ist doppelt so groß wie der da. Also ist das eine größere Quelle und das eine kleinere? Oder ist das hier? Sind das hier zwei Quellen und das sind vier? Ist ja jetzt aber nur ein Pixelfehler. Also es scheinen eins, zwei, drei, vier, fünf, mindestens fünf Quellen zu sein. Was schon mal sehr gut ist. Aber dieser Block hier. Geh mal vorsichtig ran. Guckt euch das an. Das ist Hammer ist das. Ähm. 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 Pfff. Ja. Es ist nichts anderes wie sonst auch. Es sind schon mal keine Würmer da. Was ich sehr irritieren finde. Das heißt wir könnten reinlaufen, ganz normal schießen, weglaufen. Und wir haben keine Gefahr, dass wir durch zu viele Würmer sterben. Also es ist einfach nur eine Frage der Zeit. Okay. Oh, Munition. Äh, wups. Munition wird ein Problem. Du musst durch die Munition herstellen, sonst werden wir nicht mit dem Töten hinterher kommen. Ähm. Und wir könnten Lasertürme und Solarzellen aufstellen, aber das mag ich halt nicht so gerne. Versuchen wir also erstmal ohne. Ähm. Die Personal. Genau, das Schild kann noch ein. So. Ähm. Mit dem Buggy einmal durchheizen. Nee, lass mal. Okay. Ähm. Ich mach's einfach wie gewohnt. Ich lauf da jetzt rein, tötet zwei, drei Spawner. Und lauf weg. Okay. Gut, das waren eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spawner mal eben. Das geht besser als gedacht. Und die ganzen Bläulinge hier down zu bekommen wird eine Weile dauern. 34 Magazin, ja, okay. Oh, ja, und rückwärts in die nächste Basis gelaufen. Passt doch ein wenig auf, Junge. Und unsere Basis wird angegriffen. Ist das ein Zufall, dass häufig, wenn wir Basen angreifen, unsere Basis auch angegriffen wird? Oder greifen wir einfach so viele Basen an, dass es einem nur so vorkommt? Hm. Aber es scheint nicht zerstört zu werden, außer wahrscheinlich Mauern. Und die auch nur angekratzt, richtig? Ja, schon vorbei. Okay. Wir liegen hier sehr interessant im Muster. Okay. Ähm. Nochmal. Und wieder mehr Spawner töten. Oh, komm raus, komm raus, komm raus. Okay, ich probiere. Es werden immer mehr. Kacke. Ähm. Was würde jetzt passieren, wenn ich die nach Hause bringe? Ich glaube, die würden meine Basis zerlegen, hm? Ja. Bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das machen würden. Okay, alle Spawner müssen weg. Dann müssen wir anfangen, die zu kiten. Solange der Schwarm in der Nähe ist, dürfte eigentlich nichts respawnen, richtig? Das heißt, immer schön im Kreis laufen, schießen. Krass. Ah, die bewegen sich teilweise nicht, weil die KI irritiert ist, wo sich wer hinbewegen muss. Das ist wohl unser erstes Anzeichen an Leck. Ja, gut. Hätten wir das auch mal ausprobiert. Ah, lauf. Lauf, 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 lauf. Oh, da ist das Taktik, dass die absichtlich zurückbleiben, um mich zu aggroen, wenn ich wieder näher rankomme. Ne, glaube ich nicht. Aber zieht euch das mal rein. Das sieht aus wie ein Fischschwarm. Die Minimap ist völlig ausgelastet. So, komm, noch einmal ein paar mitnehmen. Oh, sehr gut. Das waren nochmal drei, vier Spawner. Okay, jetzt töten. Ganz lange Rückkehrslauf und schießen. Was haltet ihr von der geopolitischen Lage momentan? Ich glaube, wir haben jetzt ein paar Stunden Zeit, drüber nachzudenken. Und ich hätte vor ein paar Folgen eine Folge Alien Swarm genannt. Ich glaube, den Namen sollte ich nochmal neu auflegen. Ich glaube, das ist ein paar Stunden Zeit, drüber nachzudenken.